Heißa, heißa, was seht ihr da? Meine neue Kinderlieder-CD. Es ist der Teil 3 mit 18 Liedern drauf. Irgendetwas von, das wird euch schon super gefallen. Jawohl, hier meine neue Kinderlieder-CD. Ich würde mich total freuen, wenn ihr die alle kaufen würdet. Das wäre toll. Okay, so viele habe ich bestimmt gar nicht, aber ein paar davon habe ich hier auf Lager. Also, 18 Titel sind da drauf. Hier, schaut mal. Und die ganzen Bilder haben auch die ganzen Kinder gemalt. Hier, richtig prima. Also, wenn ihr wollt, gehört eine davon euch. Bestellt sie einfach, wenn ihr mir in den Kommentaren was schreibt. Oder bestellt sie einfach, wenn ihr auf meine Website geht. www.gitarrenschule-fastier.de Oder gebt einfach Jürgen Fastier im Netz ein. Da werdet ihr schon irgendwo meine Kontaktdaten finden. Ja, könnt ihr mir auch einfach eine E-Mail schreiben an jürgen.fastier1.net Okay, also, wenn ihr die CD haben möchtet, hier zeige ich sie euch nochmal. Dann kontaktet mich einfach. Bis dann. Tschüss.